Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, EpicAV. Ja, zusammen mit Mathe. Ha, ich habe euch viel weg gar nicht. Ja, ihr könnt den hören und der neue Shop ist gerade gekommen. Vor zwei Minuten. Er hat darauf gewartet, wie ein Bogen. Kaufen, kaufen wir direkt. Und dann gucken wir mal. Und was habt ihr heute so gegessen? Ich habe bis jetzt noch gar nichts. Ich hatte bis jetzt noch gar nichts. Geil. Das erste, was du machst, ist aufstehen und zocken. So, dann starten wir mal in der Runde. Ja, da ist meine Eltern. So, der Kreisel. In der Meckt bin ich sogar eigentlich ganz gut. Ich muss halt immer aufpassen, Leute. Und wenn ihr wollt, dass ich mehr von Vollgeist rausbringen, dann lasst ein Like und ein Abo da und schreibt es unten in die Kommentare. Oh, sogar zweite Reihe. Das passt ganz gut. Hier kannst du dich sogar richtig weit kinken lassen. Wenn du das hier selten... Ich weiß nicht, ob ich dir die selten vermerkomme. Ich habe von Senior Zocken gestorben. Ja, ganz gut durchgekommen. Jetzt warten wir, bis das kommt und dann gehen wir durch. Auf ganz chillig. Das Spiel, wenn ihr wollt, könnt ihr kaufen bei Playstation Store für 20 Euro oder halt, wenn ihr Playstation Plus habt, gratis. Aber... Das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Macht Spaß. So, dann gehen wir als Viertes ins Ziel. So, qualifiziert. Oh, so. Ich finde, dieses Boxkostüm zu kriegen, das ist voll schwer. Vollgeist, Leute. Das war... Das war bei mir im letzten Shot. Und... Und... Ja... Es hat halt 5 Kronen gekostet. Und ich konnte es mir nicht leisten. Na, dann gucken wir mal. Ja, jetzt. Wie lange die auch braucht man im Game. Wie sie so viele runter haben. Alter. So. Das geht jetzt. So, wo wir gehen. Tag, wie kann man. Wie kann man die rangehen? Kannst du den Youtube Kanal Senio und Zoppen? Mhm. Thema Rang sind eigentlich die Karriere. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Frisch wird ich... Schweifro... Das ist ja alles unfair im Spiel. Leute, ich glaube, die anderen Leute haben keinen Bock auf mich. Dieses Ding auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe es. Nein, nein, ich hatte es. Nein. Leute, das ist so bitter. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Wir haben drei Punkte. Was kann sich noch alles entscheiden? Und jetzt einfach nur rennen. Ja, okay, wir haben vier, fünf, vier, okay. Ah, ich muss ganz schnell, ich muss ganz schnell hier weg. Leute, war wirklich ganz, ganz schnell. Das ist ja ein Rennen gegen die Zeit. Das sage ich euch. Ich falle immer wieder hin. Ajo, jetzt bin ich wieder hier. Leute, nicht mehr lange noch Steven. Ja, fünf, vier, drei, zwei, eins, und wir haben qualifiziert. Nice. 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 Ja, ok. Am Anfang muss man sich nur zwei machen, das ist ganz schön leicht. Ja, ok. Da sind schon die ersten Mutter gefahren. Das ist das. Okay, Leute. So, qualifiziert, Leute. Oh, ich hoffe, wir kriegen heute unseren ersten Sieg, weil ich habe bis jetzt noch gar keinen Sieg. Ist nur mal so, was wir mit leben. Gucken wir mal, was das nächste Game sagt. Es ist aber so unfair, wie ich da rumfliege. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, Leute, Hindernis rennen. Ja, gilt, wenn du vor den Kugeln dahinten getroffen wirst, dann sage ich dir, es ist vorbei. Okay, ganz hinten, ganz toll. Jetzt gucken wir mal. Ich fall immer mal von runter. Irgendwie weiß ich schon, was da so ist. Das Beste hier ist, du kannst dich richtig durchschlippen. Nein! Das meine ich willst, wenn du getroffen wirst. Jetzt hoff ich pack mir das noch ins Ziel. Ja, pack mir das noch. Easy, Leute. Die erste Runde verkackt man eigentlich nie. Wir sehen, ich bin da drin eigentlich ganz gut. Was kriegen wir schon hin? Hoffe ich auf jeden Fall. So, einmal springen. Noch einmal springen. Noch einmal springen. Noch einmal springen. Noch einmal springen. Von dem boosten lassen. Und von dem nochmal. So mit einer der ersten. Oder sogar der erste. Ja. Und sogar der erste. Ja, der zweite. Aber wir sind ganz gut da vorne. Ich probiere halt nicht die Mitte, weil Mitte ist immer so. No risk, no fun. Ja. Ist halt ein Risiko dabei. Sehr hohes. Dass man fällt. Au. Jetzt bin ich dagegen gesprungen. Aber ich hab genug Zeit. Nein. Nein. Ja, okay. Jetzt sollten wir so langsam. Ja. Weil ich wollte euch grad den Trick zeigen. Aber das ist auch wieder riesig. Qualifiziert. Bis mal die Strait. Wieso werfen wir mich. Wieso werfen wir mich? Durch. Ich versuche hier das Verbundes zu helfen. auch wenn es verdammt schwer ist. Ja, das ist halt das blöde, wir locken immer ab. Wir sind qualifiziert. Das ist echt hart. Ja, ihr seht ja jetzt, was meine Taktik ungefähr ist. Und jetzt gerade bin ich runtergefallen. Dann kommen wir ins Ziel, ja, kochen, ja oder nein. Kommst du an die Krone, ja oder nein. Das ist halt so ein Spiel. Aber eigentlich sollten wir ganz gut reinkommen. Mal das noch ausweichen können. Das sind auch ganz schön knapp an mir, gell? Au! Ja, der ist halt da vorne. Ich pack das. Was? Nein, ja. Weil man muss R2 drücken, wenn die Krone unten ist. Und ich bin aus Versehen runtergefahren. Okay. Wieso, wieso er? Wieso? Wir haben fast den Sieg geholt. Leute, bei dem Punkt beende ich auch das Video. Und lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt unten in die Kommentare, ob ich mehr Folge als Videos reinbringen soll. Und bis dann!